Welcome back und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Assetto Corsa Special Events. Heute geht es rein in eines der schlechtesten Titelbilder in der Assetto Corsa Historie. Hybridenkampf. Toyota TS40 Hybrid vom Jahre 2014 in den Silverstone GP-Kurs. Wir haben wieder ein Rennen. Endlich mal wieder Rennen. Endlich mal wieder Assetto Corsa. Und ich habe geübt. Ich glaube, ich hätte nicht mehr als drei Runden fahren müssen. Aber weil es so spaßig war, dieses Ding zu bewegen, bin ich 15 oder sogar 16 Runden gefahren. Also hier steckt Spaß drin in der alten Möhre vom 2014. Wir haben es mittlerweile 2023. Wie schnell die Zeit vergeht. Übrigens, Fun Fact. Wir sind hier in Silverstone. Dem ersten Rennen der WC oder des 2014er WRC-Kalender. Sechs Stunden von Silverstone sind die damals gefahren im ersten Rennen der Saison. Und Toyota ist mit diesem Auto direkt auf Platz 1 gefahren. Übrigens, wir lassen mal die Medium-Reifen drauf. Denn das Auto galt damals als sehr reifenfressend. Nicht so wie der Nachfolger TS050. Der war dann eher so der Reifensparsame. Aber deshalb, wir können nicht die weichen Reifen nehmen, weil dann haben wir ja eigentlich nur rote Reifen. Mit der wir hier rumgurken. Und dass da keine Drift-Show ist, sondern wir wollen ja schnell fahren. Äh, lassen wir die Mediums drauf. Ja, ja. Okay, das eine Licht will nicht ausgehen. Alright. Oh Gott. Fahr, 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 fahr. Die GTEs kommen. Es gibt GTEs. Oh, GTEs gibt es auch noch. Da hinten am Rumpfahren. Obwohl, die GTEs 2014. Ja doch, da gab es schon die GTEs. Oh Gott. Apropos, wir driften nicht, wir driften doch. Reifen sieht anscheinend noch saukalt. Ja, nee. Könnte noch so ein paar Grad wärmer sein. Vorne zumindest. Aber hinten geht. Übrigens gar kein Problem, dass wir jetzt letzter sind in der LMP1-Klasse. Die KI wie in die, ja leider in jedem Rennspiel. Bauen also ein, maximal zwei Runden. Bevor sie schnell sind. Aber schade, dass wir hier vorne nur die Audis fahren haben. Haben sich hier strikt, die Entwickler an, ja, das 2014er. An die 2014er-Liste gehalten. Was sonst, wir hätten noch ein 2015er-Forschung oder 19. Kurs mal boosten. Kurs mal boosten. Da sind wir wieder. Da sind die Bremse. Damit man über die Bremse richtig viel D-Power rekuperiert. Wir können ja mal MGU-H-Einstellungen abändern. Auf... Na, laden ist vielleicht. Low Preserve. Low Aggressive. Bisschen Wumms aus den Kurven will ich ja schon haben. Vor allem, weil vorne rechts gerade die Eiszeit herrscht. 61 Grad. Jetzt wird meine Linkskurve jetzt ein bisschen ändern. Raus, eher essen. Ach, Freunde, das ist unser Buddy. Frage ist, mit welcher Fahrzeugnummer fahre ich eigentlich? Klar, ich glaube, mit der 7. Vorne, links, Radkasten, innen, sieht man es. Ein Teil von der 7. Ich bin so ein kleiner Zahn-Fetischist. Ich fand, die, weil vor uns fährt ja dann, wenn wir die 7 sind, ist vor uns die Fahrnummern 8. Hat ja 87 die Toyotas, oder immer noch. Ich finde die 8 ein bisschen schöner, weil die 8 sieht von jedem Winkel gleich aus. Egal, wie man sie dreht, spiegelt oder flippt. Sie sieht immer gleich aus. Ui. Keine Power, keine Kraft im linken Fuß. Audi e-tron ist mir ein bisschen abgeschlagen. Toyota bremst sich da vorne ein, zurecht. Mal gucken, wann wir die GDEs einholen. Ich bin jetzt kein Experte in der WEC, deshalb bin ich auch nicht so runden Zeiten standfest. Aber ich kann sagen, sie sind auf jeden Fall langsamer, die GDEs. Aber weil ich nicht mehr hart genug bremse, weil ich jetzt gerade nicht muss, wenn auch vorne die Reifen komplett kalt. Fast ein Arbeitsfenster, diese Reifen ab. Ich kann ja mal vielleicht noch alles so umschalten. Mal kurz hart ausmachen. Das ist auch immer das Problem, auch in den Project Cars 2 gewesen. Wenn man ein Hybridrennen hat, LMP1 Hybrid. Besten Versuche noch, dass DLC von der 2016er Saison LMP1 in Project Cars gekauft hat. Man konnte die KI mit jeder Schwierigkeitsrufe besiegen. Auch wenn man mit anderen Rennklassen noch nicht mal weiter als 100er Schwierigkeit kam. In der Hybrid-Klasse konnte man immer maximale KI-Einstellungen gehen. Ich glaube, 120 ist da in Project Cars. Und in Le Mans oder Spawn und so, da hat große Strecken. Konnte man die KI immer in die Pfanne hauen. Weil die halt nicht so gut mit dem EAS umgeht. Uhu. Uhu. Oh Gott. Fast die iRacing Top Split Daytona. Bei vier ist das schon eine Daytona-Route gefahren. Übrigens, iRacing. Alter Vater. iRacing ist wirklich so einer der Spiele, auf die ich echt kein Bock habe. Die irgendwann mal anzurüren. Erstens, es ist scheiße teuer. Zweitens, man braucht ein PC. Also, ein gut PC. Zwei Sachen, wo ich sage, ja, ich gehe raus hier. Da sehe ich mich gar nicht. Und drittens. In jedem großen iRacing-Rennen passiert irgendeine Scheiße, wovon die Welt wieder berichtet. Also, natürlich nicht die ne, die, die, die globale Welt. Wo dann die Oma einen anruft und sagt, ja, Mensch. Sag mal, was denn da, was denn da los gewesen? Sondern, wo deine Geek-Freunde dich anrufen und sagen, was da los gewesen. Ja, wir hatten es ja, also. Ähm. Für Leute, die iRacing nicht kennen. Er ist halt auch ein Rennspiel. Halt nur für PC. Und Streckenautos muss man sich dort halt äh, selber kaufen. Oh Gott, ich bin jetzt nicht mal vorbei. Wir müssen ein bisschen Gas geben hier. Zehn Runden, oh Gott. Wir müssen auch immer langsam rumgehen. Wenn ich die Reifenanschein komplett abkühlen will. Und jetzt blockiere ich den Reifen ab und den Audi abschieße. Doppelführend Toyota. Mein geheimer Plan ist aufgegangen. Wo's tust? Ähm. Ja, bei iRacing ist halt ein reines Multiplayer-Rennspiel oder Renn-Simulation. Ähm. Und dann gibt's halt offizielle Server, die dann halt, ja, eine Woche vorher zu den richtigen Rennen auch, ähm, ja, die richtigen virtuellen Rennen dann halt, äh, naja, ausführen. Das heißt, man hat da nicht nur seine selbst erstellte oder andere erstellten Lobbys mit. Heute fahren wir dieses Auto auf dieser Strecke, sondern ab und zu gibt's auch diese offiziellen Events. Und wenn die ganze Welt diese offiziellen Events fahren will, gibt's natürlich die Top-Splits. Oder die Splits allgemein. Und dann aufgeteilt wird, ne, wie gut du fährst, in welchen Split du kommst. Die besten sind im Top-Split und dann gibt's halt runter, ne, Splits 2, 3, 4, und dann halt, so höher die Nummer, desto langsamer, äh, die Fahrer an sich. Und der Top-Split wird immer übertragen. Äh, auf Twitch oder YouTube oder beides. Mechmal oder meistens. Ja, sogar mit Commentary. Also relativ cool, die Sache. Aber weil dann halt auch E-Sportler da reinhalten, mit den offiziellen E-Sport-Teams von Williams, Red Bull und wie sie nicht alle heißen, und es halt dann doch schon um was geht, wird dann manchmal reingegiegt, ach du heilige Makrele, das ist unvergleichbar. Zum Beispiel bei den 24 Stunden von Spa 2022 äh, es ist im Top-Split passiert, dass die Leute an vielen Stellen der Strecke mit einer Fahrzeugseite komplett auf dem Rasen waren, weil dadurch haben sie eine Spielmechanik ausgenutzt, die dann die Reifeltemperaturen ähm, bei einer Reifentemperaturen temperaturenden Strecke namens Spa ja, gleich tief gehalten haben. Da war es weiter die Eigenschaft dritten Sektor oder Anfang dritter Sektor bei diesen ganzen erstes, ganzen Rechts-Links-Kurven, Links-Rechs-Kurven sind die, ist die Reifeltemperatur recht hoch. Und wenn man davor bei der tausendfach links oder auch bei der Lang Camel Strait mit zwei Reifen mit einer Seite auf dem Grün fährt und die andere Seite auf der Strecke, bleiben die Reifentemperaturen äh, gleich unten. Ah, das war gerade ein bisschen heilig. So, das war auf jeden Fall elendig, wohl gesehen, dass das gleiche eine ganze Top-Split, die ganzen Top-Fahrer die Spielmechanik komplett ausnutzen. Und jetzt vor einer Woche die 24 Stunden von Daytona, wo jetzt dieses Wochenende auch die richtigen 24 Stunden von Daytona sind. Oh, du bist die Kaffee-Bremser von der Nummer 8 voraus. Ähm, ja, dieses... Also jetzt letzte Woche 24 Stunden Daytona, Virtual Daytona, äh, auch wieder Top-Split, Surprise. Ähm, ja, wurde auch wieder auf so vielen Arten der Spiel ausgenutzt. Ich meine, Daytona, wer sich kennt, ist halt ein Oval-Kurs, kennt man vielleicht aus der Indica- oder Nesca-Szene. Jetzt zwei ganz steile Kurven, dann noch eine dritte über Start und Ziel. Und für normale ja, GP-Rennen oder GT-Rennen gibt's ja noch den Infi-Kurs mit den Steilkurven von Daytona. Und eigentlich, ein Daytona bei der Steilkurve fährt man an der Steilkurve entlang. Aber zum Qualifien haben sich ein paar Leute besonders, äh, die Williams-E-Sport-Group äh, sich, äh, ja, gedacht, ja, äh, ich fahre jetzt mal nicht außen die Steilkurve entlang, sondern fahre über der weißen Linie, äh, den flachen Bereich, der eigentlich nur als, äh, Safety-Zone da ist. Fahren wir mal lang. So, und dadurch, äh, sind die in Qualifien zwei Zehnte schneller gewesen und waren dann der Erster. Ja, genau. Ich muss mal für den Match stehen gelassen. So, der Qualifienfahrer wurde dann zwar nachträglich disqualifiziert, aber fürs Rennen, äh, war dann wieder alles cool. Sind halt auf B1 gestartet und haben, glaub ich, das Rennen, ja, doch, haben das Rennen gewonnen. Was schon frech ist. Vor allem, es ist ja auch ein Multiklass-Rennen und bei der Williams, äh, GT-Mannschaft, die ja nicht im LNP saßen, oder nicht im Prototyp, sondern halt im, im, im GT, haben die dann auch unter anderem den zweiten, den schlechteren, positionierteren Fahrer benutzt, um halt das ganze Feld abzufacken. Mit, ah ja, gut, äh, Williams zweiter GT äh, bleibt mal kurz auf der Strecke stehen. damit, äh, der den Haupt-Williams-Fahrer, das Haupt-Williams-Fahrer, das Haupt-Williams-Fahrer, dann ganz halt mal Windschatten geben kann. Ja, oder, ah, das Haupt-Auto ist, ist zu weit weg von den vorderen Gegnern. Dann benutzen wir mal den Zweitfahrer, um trotz blauer Flagge die Autos vorne aufzuhalten. Und einmal wurde sogar ein Out und halt auch überhaupt nicht Platz zu machen. Nur so viel Platz, damit man halt ein Unfall produziert, äh provoziert, nicht produziert. Aber ein Unfall wurde auch produziert. Ah, hallo übrigens GTs. Zum Beispiel, ich glaube, das Toyota-Team, was dann im absoluten Draft, im Windschatten, hinter dem Williams-Auto hing. Und während sie wirklich kurz vor Bump-Drafting sind, weil sie so knapp hintereinander waren, lupft das zweig-pulsionierte, also das schlechter-pulsionierte Williams-Auto, was übrigens eine blaue Flagge hat, damit das Team Toyota dagegen kracht, bei einer Vollgas-Sektion, und sich deshalb rausdreht. Oh Gott, ich dachte, ich könnte mich nochmal vorbremsen, aber... Die Autos haben hier mächtige Stahlbremsen. Ah, ich fand es noch mehr. Also wie gesagt, iRacing ist echt eine Sache, die ist elendig. Gehen wir dann nochmal für die letzte Runde auf Hotlap. Äh, Speed, um einfach nochmal einen rauszuorgeln. Aber das ist geil, das liegt mir an Multiclass. Vor allem, wenn die LLP Einzel-Battle hat, die GTE-Battle haben, und beide müssen sich irgendwie arrangieren, sich nicht alle abzuschießen. Deshalb, Leute, der 14-Stunden-Daytona. Dieses Wochenende, es wird ein Hit. Und übrigens Fun-Fact zum Legenden-Rennfahrer Hans-Joachim Stuck. Der wollte zwar immer Daytona gewinnen. Oh fuck. Aber er ist ausgeschieden. Aber in der Nacht, wo er ausgeschieden ist, hat er seinen Sohn gezeugt. Äh, also, äh, ich hab schon ein paar Mal gesagt, diesen Fun-Fact, aber ich find den super klopft. Sobald die Gelegenheit da ist, ich muss es raushauen. Das hat er auch immer wieder gesagt. Immer so, ja, Ari hab ich ein rausgehauen. Oh, schade. Ja, ein bisschen viel ES benutzt. Eigentlich hab ich den Night Camel Street ein bisschen mehr auf Lager. Ah, wie in der Realität. Sieg an, geht an Toyota. Ende vom Lenkrad. Gucken, was das Auto macht. Ja, ja. Komm. Ah, ich wollte auch umdrehen und die Zieleinfallkamera machen. Aber geht ja nicht in Assetto Corsa. Man wird, äh, rausgedietet in die Garage. Ja, aber wie gesagt, wie in der Realität. Das erste Rennen der Saison. Toyota gewinnt. Toyota hat auch, äh, Fahrer- und Konstrukteurstitel 2014 gewonnen. Davor war es mehrere Male Audi, danach war es mehrere Male Porsche und dann war es wieder mehrere Male Toyota. Aber auch nur, weil dann hat 2016 alle weg waren. Porsche weg, äh, Audi weg. Und Toyota, ja, die waren da und haben gewonnen. Zum Glück haben wir jetzt die LMDH. Weil damit haben wir jetzt wieder ein paar Hersteller mehr gewonnen. Aber das ist ja wieder eine andere Geschichte. Denn das Rennen ist vorbei. Wir gehen uns nochmal schnell in die Replay. Haben wir, haben wir noch schöne Aufnahmen? Es könnte laut werden. Ne. Wir sind ja in der Hybrid-Ära. Nichts wird hier laut. Ich kann übrigens auch mal oben rechts noch ein zwei Minuten, äh, Spa-Video verlinken, wo das Auto gefahren ist. Spa war, glaube ich, das zweite Rennen der Saison, wo Toyota auch gewonnen hat. Und, naja, sind schon für Zuschauer angenehmere Autos. Ich meine, wer will schon ein 2004er Formel 1 Ferrari hören? Oh, ein bisschen über die Stränge geschlagen. Ein bisschen über die Stränge geschlagen. Oder es war iRacing Top-Split-Technik. Greifen schon. Erstmal die schützende Rasenschicht wegkriegen, bevor dann der Gummi angegriffen wird. Ja, aber wie gesagt, iRacing ist so bescheuert. Naja, raus yeeten wir uns. Was gibt's nächstes Mal? Vielleicht sogar schon morgen. Ich will ja für, Obacht. Wir müssen auf jeden Fall nochmal hier Porsche Cup fahren. Aber ich sehe mich im Jahr 1967 in Silverstone. Und ich glaube, dazu gibt's auch ordentlich historic Facts. Das kann eigentlich, wie gesagt, nur gut werden. Von daher, ich bin nochmal raus. Haut rein. Bye-bye. And have a great time. Bye. Have a great time. Bye-bye. 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 Bye-bye.